So, ihr entschuldigt, aber da bin ich wieder. Ich weiß, es ist abgestillt, als ich hier das Tor schon aufgemacht hatte. War das hier? Ne, es war gar nicht hier, ne? Egal, ihr müsst doch noch mal kurz einen Augenblick doppelt sehen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Seht halt ein bisschen mehr nochmal. Ist nicht mehr allzu weit. So, hier nehmen wir wieder alles mit. So, haben wir noch welche? Doch, naja. Diesmal auf der anderen Seite, wenn wir nicht mehr das gleiche machen, ne? Ja, die andere Seite, die Methode war effektiver, ne? Okay, wir nehmen das alte weite Scharfschutzgewehr. Das funktioniert doch wesentlich besser. Das nehmen wir wieder mit, genauso wie vorhin. Da, 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 das nehmen wir auch mit. Hier ist die Flasche. Wirklich gesagt, habe ich jetzt weggeräumt gewesen. So, bevor ich weitermache, speichere ich mal eben schnell hier. Nicht, dass mir das gleich wieder hier abstürzt. Ähm, nehmen wir einfach einen anderen Spielstand da. Auswählen. Okay, dann aber schreib mal. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Können wir den Scheiter nicht abzustürzen, aber irgendwas halten wir uns da gefahren. Kann ich wohl nicht erschießen, okay. Das sind noch Mutanten. Oh, da spritzt das vorhin schon Blut raus. Wo kommt der jetzt hoch, hier? Oh, ich habe den Fuß weggefassen. Ja, ich muss nachladen, Mensch. So. Ja, einmal durchatmen. Ich kann mich jetzt zurückgehen und alle Türen aufwachen. Ja, alles klar. Die haben bestimmt nichts besseres zu tun, als mich anzugreifen. Ich habe euch befreit, ihr Idioten. Lass mich doch raus hierher. Ja klar, ihr löst euch wieder auf und gebt mir natürlich nichts. Ja, gehen wir mal weiter. Eine leere Zelle. Noch eine leere Zelle. Hey, hier unten. Ja, ja, ich komme. Ich weiß, die oben die Zellen auch durchsuchen. Ich suche mir noch ein sauberes Klo. Ich muss doch dringend aufs Klo. So. Hey, hier unten. Ja, ich bin unterwegs. Keep cool da unten. In den Zellen gibt es gar nichts. Was ist das da? Was gibt es da hinten noch? Leere Flaschen. Hey, hier unten. Komm, sag's nochmal. Hier drüben. Ah, hier drüben. Auch gut. Dich hat bestimmt Elisabeth geschickt. Wer sonst? Gut, dass du da bist. Die Türsteuerung ist dort an der Wand. Hol mich hier raus. Hm? Was ist die Türsteuerung? Das wurde an der Wand hier. Ja. Ich konnte die gerade nicht benutzen. Jetzt geht's aber. Ich weiß, wie hier rauskommt. Ja, dann los. Mist, das Sicherheitssystem ist wieder aktiv. Ich werde das Energiemodul der Senderanlage holen. Auf 2 Uhr. Und ich muss sie verteidigen. Nein. Natürlich bist du damit erst fertig, wenn ich die Türsteuze schon umgebracht habe. hier wird überhaupt nirgendswohin vor ich mach mich kalt hier noch einer das tut gut dass ich nachladen musste so habe ich alle oder kommen noch mehr es war so klar dass du fertig bist wenn ich hier alles erledigt habe nichts überraschendes hier in der story genau wo bleibst du jetzt komm ich kenne mich aus die sammelkarte habe ich schon über den hof frei sprengen über den hof frei sprengen ok hier lang also gut dann los wenn was du brauchst gib mir deckung im innenhof der strecker kommen durch den innenhof eigentlich kämpf ich ja doch alleine auch wenn du dabei bist du kennst du den weg komm wieder hoch komm ja ja also gut dann los machen wir können noch weiter ich habe schon erwischt du nicht naja das ist ungünstig wenn du da dieses gerät benutzt der geschützte schon längst außer gefecht geschätzt aber egal ich werde mir einfach seelenruhig stehen und klar nach und dann erschütze ich gehen so und jetzt können wir weitergehen nein ich dachte du kommst oben Bewegung yo Bewegung ich war nur auf dich Junge ich habe ihn schon längst außer gefecht gesetzt Mensch Jungs bisschen notaire rennen nachladen und auf den erschießen komm raus komm komm so das warst du und da links war noch irgendwo einer da der lebt noch Junge wo rennst du hin so gehirn weggeschossen oh da unten gibt es was da muss ich hin warte ich muss alles mitnehmen was leuchtet wo bist du jetzt da was wer soll ich durch die sicherheitsüberbringen du und ich dich ja ich suche die energiequelle warte das wäre sonst nichts zu tun die könnte überall sein aber wind sticks bisschen munition da geht es nicht weiter ich nur mal wieder speichern ich habe ja Angst dass ich hier dass mir das abstürzt ihr versteht das ja sicher so und weiter geht's ich würde ihn ja gerne noch befreien bevor ich die aufnahme beende aber ja die seite sieht auch nicht besser aus und jetzt ja wie soll ich uns denn durch die sicherheitsüberbringen ich habe jetzt hier keine ahnung ich habe keinen stoffversorgung gesehen du etwa tja dann mach doch mal wie soll ich das denn machen ich habe keine ahnung wie ich habe doch keine ahnung hier bin ich doch gerade raus gekommen ne ja noch ein bisschen alarm auslösen hier ne mehr alarm geht schon gar nicht mehr aber ja ich habe keine ahnung wie uns das jetzt durchbringen soll wenigstens hat er keine genug leben also er steht da und würde ich sicher als Tür naheliegend wäre wenn der strom irgendwie unten drunter wäre so aber hier geht nichts die Tür zu so hier ist auch nichts was diese Tür ist leider auch zu hier die Tür ist auch zu kann man auch hier hoch gehen aber da ist genau so eine sicherheitsschleuse hier und jetzt stehen wir da da ist ein ding okay jaja noch ein paar Schuze an das Ding oder gut das war für deine Sicherheit jetzt komm ich rüber nehmen wir die schönen Scharfschützengewehr in die Hand ja ich habe irgendeinen Strom abgeschaltet aber ich weiß nicht welchen gut doch für die Seite ich habe es geleuchtet das sah nur so aus ne einbildung ja und du machst das gar nichts wartet bis ich hier fertig bin mit den ganzen Leuten ne ei 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 das habe ich kaputt geschossen okay ich mach dir einfach auf kommst du gut geschossen gib mir Deckung ich mach das ich gebe dir Deckung hier oben wir haben Gesellschaft ja von da oben was soll ich gegen ihn tun zieh zu beeil dich komm schon beeil dich du bist sowieso erst fertig wenn die hier schon links da sind ich habe doch mal die Idee ja ich bin am geschützt unendliche Munition und ich kann euch zerballern ja ich bin am geschützt und ich versuche euch zu zerschießen das geht wohl nicht so wer bist du? noch nicht so weit ok ach was ist denn los hier ich treffe nicht mehr die Treppe so wer schießt noch da ist noch einer ok yeah du musst sterben da kommen ja noch ein paar na gut kommt der ja ich bin am geschützt richtig hast du gut erkannt überhetzt ach ja halt auf das war es doch schon oder? und hast du deine Tür jetzt langsam offen? ok ich hab das Modul überlastet Entdeckung Entdeckung ja rutsch du mal da ein ich geh hier hin hier lang ach nee ich dachte ich muss jetzt in die andere Richtung das ist ein ganz schön schlauer der Kerl ne ich kann die Steuertafel überbrücken und dann kommen wir hier raus ok was muss ich in der Zeit machen? Moment ich probier mal was ja mach mal jetzt sowieso nur 10 Leute auf uns war so klar ich komm raus aber du musst einen anderen Weg finden geh zu Elisabeth dort treffen wir uns ja kehre zur Widersprungspartel im Ölstrings zurück ja schön nein ist tot Ende ja ja tot pass auf so tot bin ich die meiste leben hab ich ja nicht mehr ne so so die Sammelkarte nehmen wir mit was gibt es hier noch? nichts von Interesse und hier? ach hier bin ich ganz am Anfang ich weiß gibt es auch nichts mehr von Interesse ne? nein ok dann hier runter und da wieder raus der andere Weg war ja einfach so jetzt noch ganz schnell nach Elisabeth spring zurück und dann mache ich ein Aufnahmepäuschen so einfach hier durch ich speichern mal gerade spiel speichern man weiß ja nie ich bin sehr vorsichtig jetzt ich hasse es wenn ich irgendwas doppelt spielen muss nur weil der PC meint der müsste abstürzen oder das Spiel oder was auch immer abstürzt so da geht's rauf ja ja der Alarm einsteigen gleich wieder aussteigen so macht man das so ich habe keine Munition heißt ich versuche einfach mein Turbospeater da durchzukommen ohne dass er mich abschießen kann naja da kommt schon der jetzt wieder ja so habe ich nicht hier irgendwie Raketen ok falls noch einer kommt schieße ich mir Raketen auf ihn juuu du 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 wenn keiner kommt umso besser trotzdem ein bisschen beeilen die Totenstadt fünf Stück ja ist klar ich habe keine Lust auf euch aber nicht mehr genug Raketen für euch alle einfach hier den Turbos reinhauen und abhauen bevor mir die Karre irgendwie kaputt geht ja ja alles schießt auf mich so und hier rum und da rum und hier ja ja ich bin ja schon fast da wir ersten so schnell geschafft ohne Fahrzeug bitte ich möchte es gar nicht wissen so wie kaputt ist das Fahrzeug man weiß es nicht so das sehen wir aber jetzt auf 62% ok reparieren reparieren so und dann verlassen nach Wellsprings ich suche die aber jetzt nicht mehr ich höre mich jetzt hier auf ich speichere diesen Spielstand damit wir das nächste Mal weiterspielen können auswählen annehmen damit wird es gespeichert und ich mache eine Aufnahmepause und äh wir sehen uns im nächsten Part Tschüss nach 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 Vielen Dank.